und tritt zu einer weiteren Folge Minecraft MegaCraft heute wieder mit dem X-Technics HD und ja wir holen da oben gleich nochmal das Kies aber ich wollte mal eben hier runter oder ich will da doch nicht runter jetzt direkt hol mir doch erst das Kies so das dritte Flint und jetzt kommen wir runter hab ich meine Portal Gang dabei so dann mach ich mir nämlich mal eben hier oben Portal und zwar das blaue das Portal da war echt dumm man hat den Fußball im Hintergrund schon richtig heftig und jetzt wäre meine Frage ob du es noch ein bisschen leiser machen kannst ich nerf ihn damit schon nämlich die ganze Zeit ich glaub jeder der bei mir zuschaut weiß auch warum mich das nervt so ach so ich hab mein Knetismus noch an könnte das sein so na egal mach ich das mal aus mir habe ich ja noch aus der letzten Folge an nee das klappt hier gar nicht mit es bleibt ja ja er versucht sich nicht ab und skype kommt zu machen die Betonung nicht auf versucht oder ich glaube gibt es hier die so eine Spitzakke die 3x3 und die größte Abbau wisst ihr das wenn ja schreibt es mal in die Kommentare dann würde ich mir die nämlich bauen und das ist geil dass es die hier gibt ich brauche gleich mal eine neue Spitzcycle dafür gehe ich gleich mal eben nach Hause ok machen wir mal eben hier mit meiner Portalgun ein Portal und zwar das blaue Waypoints statt 2.2 so 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 ich habe gleich auf Grenzen nebenbei an es mir gab mir aufgefallen es ich habe sogar einen Schaukel dabei ich da so 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 weiden noch das Wichtigste mitnehmen und wenn die Spitzhacke da und wir sind schon wieder da ist das nicht kurz so so vor allem wie viele Orts ich hier gerade einfach finde es heftig aber schließlich ich schließe eben mein Bildschirms da oben sehe ich noch was mein Verkauf zuerst sich sie einfach mit um das das so lange schon auf dem zucker 9 Sagen wir, ich mach noch so circa 10 Minuten, oder? So, hier geht's gleich auch nicht mehr runter. Aber jetzt erstmal hier ein bisschen weiter rennen. Hier geht's noch lang und da. Ach du Scheiße, ich wär grad fast in Lava gerannt. Aber auch noch was. Weißt du wie, fast? Richtig, sehr knapp. So, bevor wir nicht ergarschieren, mach hier zum PC aus. Ja, du warst ja grad noch nicht bereit, so wirklich. Ich kann jederzeit jetzt spielen. So, Halbzeit. Okay, wie steht's? 0-0. Also HSV gegen Köln. Ja. So. Guck, ich muss mal eben die ganze Rubina mitnehmen. Ich seh' Redstone. Ich hab' mich grad selbst angezündet mit Lava. War das klug oder war das sehr klug? Leihers? Ja. War das grad klug, mich selbst anzuzünden? Nein. Weil ich mein' so, das ist halt typisch ich, oder? Du bist mal wieder gelangweilt vermutlich mal, oder? Nee, ich bin fast eingepitzt. Hab' man nicht gehört. Ach ja. Ich kann hier nicht hochschwimmen, scheiße. Boah, ich will nicht so gerne noch Hubert fahren, ne? Geh' noch noch draußen, ach, nee, kannst ja nicht. Ach, ha. Ich kann nur mal gucken, wie viel Prozent man Teppel hat. So. Da muss ich jetzt erstmal was fressen. Ja, du kannst ja gleich mal machen. Zwölf Prozent. Wow, meintest du nicht vorhin der 815? Also das Problem mit dem Akku ist bei deinem Handy aber auch. Da lädt er mich nicht vernünftig. DIAZ! Oh, oh, DIAZ! Oh, DIAZ! Ich hab' schöne DIAZ. Ich hab' schöne Eier. Noch mehr DIAZ! Noch mehr schöner Eier. Alter, gut, dass ich hier nochmal rumgegangen bin. Jo. Und ich hab' schon zu Nico gesagt, garantiert, wenn er wiederkommt, hab' ich wahrscheinlich schon die, ähm, Rüstung hier, die Quantum Suite. Der war richtig sauer. Der meinte... Oder wie... Was heißt sauer? Der war offen vertraurig, glaub' ich. Zumindest hat's das so angehört, bei ihm. Das ist kein... Ich sollte aber jetzt nicht in die Lava springen. Könnte das dumm sein, wenn ich in die Lava springe? Ähm... Ich fuhr grad schon wieder DIAZ Schreiner, aber das war nur Silver. So. So. Hier ist... Die Sachen, die ich jetzt noch einsammle, die sammle ich dann gleich wahrscheinlich ein. So. Also wir haben ja jetzt schon endlich unseren ersten Mace Rater. Deswegen, der wird gleich auch ordentlich arbeiten. Wir können ja gleich den zweiten schon bauen. Äh, beziehungsweise halt, wir haben einen für Nico gebaut. Und der nächste für mich wird gleich auch dann fertig sein. Und was machst du grad außer Fernseh gucken? Ich schalte grad mal Leon an. Ich hab' den mittlerweile blockiert. So gut. Und so gut wie jeder aus dem Team ist grad wütend auf den. Aber ist auch verständlich bei dem, was er gemacht hat. Ich sag' jetzt mal nicht, was er geschrieben hat zu dir. Sonst wär' die Folge nämlich nicht mehr FSK. Also zumindest, da müsste ich die so machen, dass sich nicht mehr jeder angucken kann, sondern nur angemeldete Leute. Und da hab' ich jetzt keinen Bock dran. noch mehr Dias? Äh, schreibt mal in unsere Gruppe. Eti hat richtig viele Dias gefunden. Ach man. Bist du nicht mein Dienstmädchen mehr? Mhhh. Wow. Bist du nicht mein Dienstmädchen mehr? Bist du nicht mein Dienstmädchen mehr? so kann man sagen ich habe in zwei Folgen mehr erreicht als wir zusammen st was ist du grad ich hab der Picknicker von Leibniz und ich hab gleich keine Fackel mehr da muss nur noch mal kurz nach Hause wo ich muss gerne mehr essen frag mich mal ja dann ess doch was geht doch grad nicht so Alter wieviel Silver und Tin wir gleich haben also Silver, Tin und Leadore haben gleich richtig Arsch viel und Iron ja erst recht ich hab mal Nikolite ich hab mal Nikolite und ich muss jetzt nach Hause weil ich keine Fackeln hab und weil es ist ne Aufnahme ohne Fackeln so dann machen wir mal eben hier ein Portal hin ok ähm 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 So, gleich noch mal kurz ein bisschen entleeren. Jetzt müssen eben die Shards. Und dann holen wir uns mal eben Fackeln. Was denkst du, reichen zwei Stacks Fackeln wohl? So, okay. Und noch mehr abbauen. So, warte mal eben. So, wieder da. So. Und ich sammle gerade extra keine Kohle ein, weil ich sonst gleich erst recht voll bin. So mal eben, was ist das? Famous Ore, okay. Dann sind Nikolite wieder. Und die nächsten schönen Fires, ähm, Shards. So, Fackel. Also, ich hab gleich, glaub ich, genug Dias und Saphira erstmal für ein paar Tage. Und Redstone, falls Nico was braucht, kann er mich ruhig fragen. Ich hab genug. Glaub ich zumindest mal jetzt. So. Und wie steht's im Moment? Ist immer noch halbzeitig vorgehend. Also, wie lang war, wie lang ist überhaupt halbzeit? Jetzt vorbei. Und ich guck gleich mal zu Hause, wie voll meine Rucksäcke sind. Und, ich glaub recht voll. Also, ich glaub an Nikoliten wird's mir jetzt auch erstmal nicht mehr, äh, zu, also, da wär ich auch jetzt, wo nicht dran vor den Hungern und Funkzeichen, da hab ich, glaub ich, jetzt auch genug von. Und ich würd's da mal so sagen, machen wir hier auch mal einen Cut bis zum nächsten Mal und ciao.